Hallo, schönen guten Tag und viele Grüße aus dem Kaffee-Express. Hier von einer schönen Bundesstraße. Wir kommen aus Richtung Edemissen. Und wir wollen jetzt mal zusammen nach Peine fahren. Ja, lass gerne ein Abo da, damit du keine weiteren Folgen verpasst. Und ja, dann wünsche ich uns erstmal eine gute Fahrt. Untertitelung des ZDF, 2020 Bitte in 350 Metern links abbiegen. Jetzt 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 rechts abbiegen. Jetzt links 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 abbiegen. Abbiegen. Jetzt links abbiegen. Abbiegen. Jetzt links abbiegen.